So, genau, dann gucken wir uns mal das Video von Heikel an. Also ich, ähm, weiß ehrlich gesagt, ich bin gespannt, was darin vorkommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er sich jetzt dazu äußert, weil er hat mit der ganzen Sache einfach gar nichts zu tun. Also ich muss generell sagen, weil jetzt kann ich es endlich mal so raussauen einfach, ähm, ich finde Heikel ist einfach so ein Sidekick, so, oder? So, der, der, der trägt gar nichts dazu bei, finde ich, so. Der ist irgendwie so unnötig, so, der rennt irgendwie so ABK hinterher. So, und das war's. Ihr müsst euch mal diese Szene angucken, wo ABK reingegangen ist, zu Ungestream, wo er ihm diese Reise nach Japan geschenkt hat. So, Heikel stand wirklich so da neben so und wusste gar nicht so, was soll er jetzt machen, so, weißt du? Der war so komplett fehl am Platz, aber Hauptsache, er sich mal reingesneakt. Und, äh, ja, man muss ja auch sagen, also er hängt ja mit ABK rum, der wird mega geheilt und hat trotzdem nur 158.000 Abos, also es interessiert sich halt auch keiner für ihn. So, Digga, rede nicht, Mann. Junge, Junge. Okay, jetzt gucken wir aber mal, was er, äh, hier zu sagen hat in dem Video. So, was geht ab? In diesem Video geht's um KuchenTV, der hat ein Video gegen ABK gemacht, weil der spenden wollte für seine Festplatte und wisst ihr, welch... Ist ja auch falsch, ich hab ja kein, ich hab ja so gesehen kein Video gegen ihn gemacht. So, ich hab sogar gesagt, dass er seine Fans sich abzieht, aber, naja. Entschuldigung, ich, wer sonst? Ich bin Dreck, ich bin der Teufel. Ich hab doch bei KuchenTV kommentiert und meinte zu ihm, kannst du nicht ein Video zu ABK machen? Der hat darauf geantwortet und hat seinen Kommentar auch... Achso, ja, ich hab den Kommentar übrigens gelöscht, weil ich hab das falsch gelesen. Warte, was wollte ich sagen? Achso, ja, genau. Ähm, ich hab erst, also das hab ich ja auch schon, wann hab ich denn das gesagt? In der, in der Reaction, glaub ich, zu diesem Hate-Ding hab ich euch das gezeigt, das könnt ihr auch auf diesem Kanal sehen. Ich dachte erst, dass, dass die Firma fake ist, weil es gibt zwei Firmen, die genauso heißen. Also, der einzige Unterschied ist so ein S. So, und ich dachte halt, oder ich bin zu dem Zeitpunkt auch davon ausgegangen, dass er die andere Firma gemeint hat, weil man die auch nicht gefunden hat, ne? Wir haben das, wir haben ja geschaut, wir haben ja bei Google geguckt, also, äh, sucht einfach mal nach dieser Firma, die ABK angeschrieben hat. Ähm, ihr habt ja die Kontakt-E-Mail, so, ihr müsst ja nur die E-Mail da eingeben. Findet man nicht, Digga. Und deswegen dachte ich, dass das Ganze sowieso gefakt ist, ist es aber gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, ja, okay, Bruder, ne, die Firma geht's doch. Glück gehabt. Hat sein Kommentar auch wieder schnell gelöscht, guck mal bitte selber. Das hier ist das M-Wi-Ring. Der Arme versucht gerade, sein Abitur nachzuholen. Das Thema über die Festplatte ging eine Minute. KuchenTV macht darüber eine Cake-News. Deine nächste Festplatte, Bruder, reparier ich dir für 2000 Euro, okay? Also, ich lass sie reparieren, aber ich mach ja trotzdem bloß. Die einfach über vier Minuten geht. Das Video ging über das Schulsystem und er macht ein Video über die Festplatte. KuchenTV hat mir gestern eine Nachricht. Hä? Ja und? Hä? Also, sorry, ich versteh den Punkt halt irgendwie gerade nicht. So, also ich mein, ich bin ja, ich bin ja sehr tiefergehend darauf eingegangen. Ich hab ja sogar gesagt, dass ich ja auch nachrecherchiert hab so. Und dass ich halt Leute angerufen hab. Und ich will ja auch Wissen vermitteln. Ich wollte den Leuten sagen, wie die Preise für eine Datenrettung zustande kommen. So, hä? So darf man darüber dann nur 10 Sekunden reden oder was? Ach du meine Güte, ey. Ich bin geschickt. Er hat mir geschrieben, bring morgen ein wie Gorken so ein alle verarscht Video. Vielleicht kannst du ja drauf reacten. Damals hast du bei Montana Black gelutscht, damit er eine Reaction über dich macht. Und jetzt fängst du mit ABK an. Im Video... Digga, hä? Digga, dieser Typ, ne? Das ist halt genau das, was ich meine. Du merkst einfach von Anfang an, dass dieser Typ dieses Video nicht macht, weil er dahinter steht. Sondern weil er den Schwanz von ABK im Mund hat. So, also ich mein, ich geb dir auch offen zu, dass ich Montana Black da einmal gefragt hab so. Ich mein, warum nicht? Ich hab ein Video gemacht, was ich persönlich für mich mega krass fand. Und das hat mich ja auch gut gepusht. Und wollte halt, dass das mehr Reichweite kriegt. Und so, als wenn das jetzt irgendwas Negatives wäre, mal nachzufragen, wenn man Kontakt hat. So, ich mein, ich bin jetzt mit Monte nicht befreundet oder so. Ne, aber er hat ja auch schon öfter gesagt, dass er meine Videos gerne guckt. Da ist es doch nicht schlimm, mal nachzufragen, ob der auf mein Video reacten kann. Digga, hä? Das Video sagt ja, dass er sich freuen würde, wenn man ihm dafür das Geld spendet. Und hat natürlich auch seinen Tipi-Stream-Link ganz oben in die Beschreibung getan. Ich verstehe jetzt nicht. Wo soll er denn sonst sein Spender-Link reintun? Soll er ihn in seinem Schuh verstecken? Natürlich muss er nach ganz oben, damit die Leute, die auch spenden wollen, ihn direkt sehen. Hä? Das ist so eine dumme Aussage. Erstmal ist er... Digga, das war nicht mal ein Front. Das war einfach nur die Information. Er hat darüber geredet und hat dann den Tipi-Stream-Link in die Beschreibung getan. Hä? Ich würde also... Also es ist doch... Es ist doch nichts Falscher, meine Aussage gewesen, oder doch? Junge, geil. Oh Mann. Oh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Natürlich hat man junge Zuschauer auf YouTube. Das ist doch kein Pornoportal. Und selbst da sind die Zuschauer eben... Es ist doch einfach keiner gezwungen, dafür zu spenden. Aber Kinder sind natürlich leichter zu beeinflussen. Und gerade wenn er am Anfang des Videos noch von meiner Armee spricht, dann fühlen sich die Kids natürlich angesprochen. Dass jemand sagt, meine Armee. Wie soll er denn sonst seine Zuschauer nennen? Der Armee ist jetzt auch noch Psychologe geworden. Du hast gegen die Mutter deines Kindes Videos gemacht. Naja, es ist ja halt einfach Fakt, dass, ähm... Es ist ja halt einfach Fakt, dass wenn du halt Leute ansprichst und sie quasi in einer... Also quasi so ansprichst, dass sie halt zu einer Gruppe dazugehören, dass sie viel leichter zu beeinflussen sind oder viel eher das machen, was du halt möchtest. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung, ihr habt jetzt eine Gruppe von Menschen so und ihr sagt... Weiß ich nicht, was kann man da als Beispiel nehmen? Keine Ahnung, ihr seid... Keine Ahnung, ich treffe jetzt Zuschauer von mir so, ne? Und ich sag einfach sofort, was ich will. Dann würden wahrscheinlich mehr Leute Nein sagen, als wenn ich vorher sage, yo, ey, ne? Meine Freunde, was geht, Alter? Ich feiere euch mega, alles fit im Schritt, so. Ne, die Leute sind dann einfach... Also, das Selbstwertgefühl der Leute steigt einfach, weil sie halt merken, okay, ich gehöre dazu. Ich bin ein Teil von etwas Großem. So, und deswegen spenden die dann halt eher. Das ist doch überhaupt nicht falsch. Darüber hinaus hat der zwei... Vor allem, hä, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Na, du hast mal ein Video über Gina gemacht. Und jetzt will er mir einen vom Psychologen erklären. So, hä, das eine hat mit dem anderen so gar nichts zu tun, Bro. Oh, oh Mann, ich glaube, ich mache einen Kuchen-Talks über den, sorry. Das muss ich mir mal kurz aufschreiben, Mann. Das ist ja so geil. Weißt du, das ist genau das, was ich meine. Jetzt kommt wieder dieses Kaffee und Kuchen mit im später, weil das Video wieder wichtiger ist, ey. Doch mein Stift schreibt wieder nicht. So, es ist ja jetzt schon... Wir haben eine Minute 44 geguckt und das ist ja so grenzdebil dumm. Das sind ja kostenlose Klicks, die nehme ich mit, Alter. Bruder, ich als Psychologe bin da natürlich sofort drin. Das Geld, um gefühlt 20 Mal im Jahr in den Urlaub zu fliegen. Aber Geld für eine kaputte Festplatte, das soll ihn dann plötzlich... Ich darf nicht auf YouTube streamen und Twitch ist geiler. ...zuschauer finanzieren oder was? Ich fliege jedes Mal mit ihm in den Urlaub. Aber was machen wir da? Wir produzieren dort Videos. Jeder hat doch anderen Content. Nur weil du die ganze Zeit zu Hause sitzt und von dort aus Videos machst, deshalb sind auch deine Videos langweilig. Die Videos, die auf der Festplatte waren, sind ja Videos aus China. Ich finde es sehr lustig, dass er sagt, dass meine Videos langweilig sind. Und ich meine, wenn man sich ihn mal so anguckt, also für ihn interessiert sich ja wirklich absolut niemand so. Ich weiß nicht, ob er sich halt rausnehmen kann, das zu sagen. Vor allem, ich weiß noch, was soll der Front so? Okay, du feierst meine Videos nicht. Also ich meine, du bist sowieso nicht objektiv. Du sagst das sowieso, weil du mich nicht magst. Ich wette, selbst wenn ich ein geiles Video machen würde, würdest du dich hinstellen und sagen, das hat mir aber nicht gefallen, das war komplett kacke. Ich bin heikel. Ja, auch da wieder ist halt das Ding. Natürlich macht er halt den Content, wenn er da hinfliegt, das ist natürlich klar. Aber ich sag mal, es ist trotzdem dumm, wenn du wirklich dein komplettes Geld, also so kam es ja mir zumindest drüber halt, für Reisen und so weiter ausgibst. Aber dann, wenn halt mal wirklich was Wichtiges kommt, für dein Content, dann müssen auf einmal die Zuschauer das bezahlen. So, das erschließt sich mir halt einfach nicht ganz. Hat nicht cool, wenn du auf sowas Bock hast, dann mach den Stream an, hau ein Spenden, zieh rein. Versuch den nicht so krass zu beeinflussen, dann ist auch alles cool. Als ob es das besser macht, dass du Spenden bei Twitch sammelst. Hä, ob bei Twitch oder über YouTube nach Spenden zu fragen, da ist doch überhaupt kein Unterschied. Spenden sind Spenden. Stimmt, Alter. Ja, er selber dreht halt Videos zu Hause. Alter, ich schreibe immer hin. Heikel. Deine Videos sind langweilig, weil du zu Hause bist. Meme. Dreht im Kinderzimmer. Geil, Alter. Ja, man pusht den Kommentar hoch, ich will da mindestens 500 Likes sehen. Was hätten diese Spenden mehr wert als die anderen? Ich sehe halt den Unterschied darin, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier streame und ich schreibe da zum Beispiel hin halt, jetzt steht da halt für Noah, da stand ja auch früher mal irgendwie Anwaltskosten oder so, dann finde ich das halt aus dem Aspekt besser, dass man halt nicht dazu aufruft, das Ganze zu machen, sondern wenn ihr den Stream guckt, natürlich, das fällt so ein bisschen ins Auge so, ihr seht, okay, für Noah, ja, für Noah wird jetzt eigentlich auch kein Geld gesammelt, das geht schon alles in meine Tasche, oder gut, ich meine, ich gebe ja Geld für Noah aus, theoretisch spendet ihr dann schon für Noah, es ist schwierig zu erklären so, ne. Aber der Unterschied ist halt, dass man ja zum Beispiel auf Twitch halt nicht dazu aufruft, ne. Zum Beispiel guckt ihr halt Unger an, der streamt ja auch und kriegt mega viele Spenden, aber der sagt ja nicht, jo, spendet mal, sondern das machen die Leute, weil sie ihn einfach an sich supporten möchten so. Und ich finde es einfach so ein bisschen widerlich, dass du halt, ja, du bist ja selbstständig, du arbeitest ja insofern, und dann willst du halt trotzdem, dass die Kinder dir gewisse Sachen bezahlen. Das ist so das, was mich daran halt einfach stört. Ich finde es nicht verwerflich, dass er generell den Spenden-Link hat zum Beispiel, auch wenn er nicht streamt, den kann er von mir aus auch unter jedem Video posten. Was ich aber kacke finde, ist die Tatsache, dass, man sieht es ja auch an den Leuten, die mich angeschrieben haben, so, das sind halt zwölfjährige Kinder, ja. Ähm, das sind ja zwölfjährige Kinder, so, und die fühlen sich ja in dieser Army dann halt so bestätigt, so, ne. Die denken, ja, ich bin Teil von was Großem, so, ne. Ihr seht es ja auch bei den Nachrichten, so, die beleidigen halt mich, aber sagen dann auch direkt immer ABK Army, so. So, das heißt, diese Zugehörigkeit ist für diese Leute halt wichtig, weil die nichts anderes im Leben haben. Das ist nicht mal böse gemeint, aber es ist halt einfach so. Und, äh, das ist halt das, was ich daran einfach verwerflich finde. Ich finde jetzt hier einfach, wenn ich das da stehen habe, so, ich beeinflusse damit so erstmal niemanden. Ich sage jetzt ja nicht, ah, Leute, ja, ich, keine Ahnung, ich will mir eine neue Kamera kaufen, ne, hab ich ja gemacht, ne, spendet doch mal Geld, so, ne. Aber wenn nicht, kaufe ich die auch alleine. So, das finde ich einfach kacke, dass man dann so die Leute explizit dazu auffordert, das Ganze zu machen. Ich habe selber mal recherchiert und bei zwei Festplatten-Reparaturservicen angerufen. Einmal bei Data Recovery und die haben mir gesagt, dass die Analyse 69 Euro kostet und dann je nachdem, wie aufwendig das ist, zwischen 500 und... Ja, klar, gut, wenn du jetzt sowas hinschreibst, wie Hilfbedürftige Koalas oder sowas, dann sind die Leute vielleicht noch eher dabei, da zu spenden, aber deswegen steht ja bei mir nie was. Also selbst da, wo ich Anwaltskosten oder sowas da stehen hatte, habe ich in den Streams halt locker 100 Mal gesagt, äh, dass ich die halt sowieso zahle, nur, ja, irgendwas wollte ich da halt hinschreiben, so, ne. Und das war halt der Zeitpunkt, wo ich halt noch Anwaltskosten zu zahlen hatte und dann habe ich das halt einfach hingeschrieben, so, ne. Ich habe ja nie gesagt, ja, also, ne, es wäre cool, wenn ihr mir Geld gebt, ja. Und 1.500 Euro. So kennt ihr das, wenn ihr noch, wenn ihr am Ende des Satzes seid, aber ihr habt noch nicht so diese, diese Tonhöhe dafür, sondern es klingt so, als ob es noch weitergeht und dann musst du noch irgendwas sagen, damit es passt. Einfach so, ja, ja, das war's, ja. Euro. Datenrettung in Braunschweig hat mir ungefähr den gleichen Preis durchgegeben. Du tust auch so mit den 1.500 Euro, als wäre es irgendwie der Mittelwert. Ey, es gibt so viele Firmen in Deutschland, du hast bei zwei angerufen und stellst das so da, ja, überall kostet das gleich viel. Und natürlich werden die dich ja auch mit einem günstigen Preis erstmal locken, ne, bevor es hinterher heißt, ja, das, das und das musste gemacht werden. Ja, ne, die locken ja eben gar nicht, sondern die hat gesagt, die Preisspanne liegt zwischen 500 und 1.500 Euro. Also ich glaube, der Typ hat das Video einfach gar nicht gesehen. Also ich meine, guckt ihr, also ich meine, der fügt halt in sein Video ein, aber offensichtlich hat er es gar nicht verstanden, was ich da gesagt habe. Und das check ich halt irgendwo einfach wieder nicht. So, weißt du, das Ding ist, so eine, also gerade die Festplatte ist ja vom Tisch gefallen oder so, nehme ich mal an. Da entstehen meistens, wenn das eine ganz normale HDD ist, auch gar nicht so krasse Schäden tatsächlich. So, und das Ding ist, es gibt auch dazu noch so eine, ähm, so eine Reportage von STRGF, ja, die würde ich ABK auf jeden Fall empfehlen. Gerade in dieser Datenrettungsbranche, sag ich mal, gibt es halt mega viele Abzocker. Das ist halt genau das Gleiche wie mit Schlüsseldiensten, so. Das ist halt die Not der Menschen, so, ne. Ich meine, wie viele Leute kennen sich mit Festplatten aus? So, also ich habe ja so ein bisschen was mit Computer zu tun oder früher auch mal, ich baue ja auch meine Computer selbst zusammen und so, aber so was Festplatten angeht, gar keine Ahnung, was die da machen. So, ja. Und, ähm, ja, dadurch, äh, ja, ist es natürlich leicht, sehr viel Geld dafür zu verlangen, weil die Leute halt erstens sowieso keine Ahnung davon haben und zweitens schickt man die Festplatte halt vorher zur Analyse ein. Das hat er wahrscheinlich auch gemacht. So, du schickst die hin, die gucken sich die an und sagen, ja, das und das müssen wir machen, dafür würden wir das berechnen, so. Das Ding ist, das kostet auch schon Geld. Und wenn das die 200 Euro sind, das weiß ich ja nicht, dann, ähm, dann sind diese 200 Euro ja mega viel einfach, so, ne. Weil, wie gesagt, diese, diese Firmen, die ich angeschrieben habe, da liegt der Preis zwischen 50 und 70 Euro, so, ne. Und er zahlt halt fast das Dreifache und zahlt dann am Ende auch noch mal mehr als bei denen. So, also ABK hat sich halt einfach verarschen lassen, so. Er wurde ordentlich gebergreht von der, äh, von dem. Beziehungsweise dann wurden seine Zuschauer gebergreht, weil die bezahlen es ihm ja, ne. Aber, ja, so ist es halt einfach, ne. Und natürlich, der Preis kann natürlich schwanken, aber 2300 Euro fürs Retten plus 200, äh, für die Analyse. Also, allein bei der Analyse 200 hätte ich gesagt, Bruder, auf gar keinen Fall. Also, da, man ruft auch mehrere Firmen an, oder nicht? Also, ich weiß nicht, das Ding ist, bei mir zum Beispiel ist es so, ähm, ich hab auch mal ne, ich hatte ne SSD. Genau. Ja, ne SSD. Und, äh, da hat Windows so einen Fehler gehabt, ne, dass ich halt nicht mehr starten konnte. Und ich war, das war das erste Mal, wo ich den Fehler hatte und ich war auch richtig schlecht gelaunt und hatte auch gar keinen Bock, ne. Dann so ADHS, ich werd so, bei so Technik-Sachen mega schnell aggressiv, so. Ich schlag dann immer so auf den Computer oder so, keine Ahnung, richtig dumm eigentlich. Ähm, aber ich schlag keine Menschen, alles gut. Immer nur auf Technik. Deswegen hab ich auch schon mega viele Controller kaputt gemacht und Drucker und Monitore. Und früher war auch immer mal wieder der, der PC kaputt, wo ich so jünger war. Aber das ist ne andere Geschichte. Und, äh, die wollte ich auch reparieren lassen, so, ne. Also, ich hab Windows neu drauf gemacht und hab dann gemerkt, scheiße, Digga, ne, ich will eigentlich die Daten wieder haben. Obwohl da nur so Facebook-Fails drauf waren. Und da hab ich auch irgendwie bei fünf Firmen angerufen, um mir erstmal so eine Preisspanne geben zu lassen. So, und dann, ich ruf da nicht bei einem an, der sagt 200 und du sagst, ja, Digga, nehm ich. So, also, keine Ahnung. Kommt für mich so rüber, als wenn halt Geld für den einfach gar keine Rolle spielt, ne. So, dieser Arrogante, so, ach, Digga, 200 hier, behalt 500. Behalt den Rest, passt schon. Dass das Ganze zu teuer ist, dafür kann ja ABK nichts. Das bedeutet im Endeffekt also, dass diese 2500 Euro insgesamt absolut überzogen sind. Die Firma stellt ja den Preis zusammen. Was soll er denn am Ende sagen? Nein, zahle ich nicht, behaltet meine Daten. Wie man die Daten so dringend braucht. Es kann auch gut sein, dass es etwas zu teuer ist. Aber gerade bei Datenrettung denken sich Firmen, ah, okay, die Menschen brauchen dringend diese Daten. Da können wir auch mit dem Preis hören. Ja, vor allem, er stellt das jetzt so hin, als wenn ich das ABK vorgeworfen hätte. Aber das stimmt doch gar nicht. So, hä? Also, ich hab's ja nicht ABK vorgeworfen. Ich hab damit ja die Firma gefrontet und nicht ABK. Also, der Typ versteht halt wirklich gar nichts. Also, sorry, es wirkt für mich halt wirklich einfach so. ABK left the gate. Für mich wirkt es halt einfach wirklich so. Zweimal wirklich ist immer geil. Dass der Typ einfach jetzt zwangsweise ein Video gegen mich gemacht hat. Tan Schäfer, danke schön für die Stufe 1 da. Bei Tan Schäfer kann man nochmal direkt Danke sagen. Wann sehen wir uns mal wieder? Ich dachte eigentlich, wir haben jetzt eine Freundschaft, aber irgendwie nicht, naja. Muss ich mir einen neuen Asiaten suchen, damit ich nicht als Rassist abgestempelt werden kann. Ja, ich glaube, der hat das Video einfach gar nicht verstanden. Er reißt halt viele Dinge aus dem Zusammenhang. Hat halt keine Ahnung von dem, was er redet. Ja, wahrscheinlich, weil entweder weil ABK das wollte, kann ich mir vorstellen, dass ABK sagt, ja, ich hab keinen Bock auf den Beef wieder oder so. Wobei, ich glaube, ABK hat keine Zeit, das kann ja auch sein. Weiß ich nicht, studiert der noch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, und Heikel denkt sich dann so, Bruder, da mach ich das doch, ne? Ja, die sind bereit dafür zu zahlen. Das nutzen natürlich Firmen aus. In den Kommentaren schreibt er dazu, dass das Ganze so teuer ist, weil die Festplatte so groß ist. Diese soll irgendwie 4 Terabyte groß sein. Allerdings spielt die Größe bei der Festplattenreparatur überhaupt keine Rolle. Und natürlich spielt die Größe der Festplatte eine Rolle. Je mehr Daten du hast, desto länger geht auch der Prozess der Wiederherstellung. Das ist doch klar. Er hat uns das ja erklärt. Und die Festplatte musste nach Berlin in ein Labor geschickt werden. Da haben die festgestellt, dass die Mechanik komplett kaputt ist. Also musste erstmal die Mechanik repariert werden, bevor überhaupt die Daten wiederhergestellt werden konnten. Lustig, wenn nur die Mechanik kaputt ist, also zum Beispiel dieser Arm, der da so drauf geht oder so, dann hätten sogar alle Daten normalerweise wiederhergestellt werden können. Also ist das sogar auch einfach falsch. Ich meine vor allem, ich finde es auch geil, sein Argument ist jetzt einfach, dass die Firma, der ich vorwerfe, dass sie die abzocken, dass sie das gesagt haben. Ja, natürlich sagen die das. Die wollen ja auch das Geld dafür haben. So. Ja, das ist halt so lächerlich. Vor allem, kleiner Funfact, so Festplatten, also er sagt ja geschickt, ich weiß nicht, ob die das da selber hingefahren haben. Vielleicht haben sie Opel Post geschickt. Das wäre auch schlecht für eine Festplatte, die sowieso schon kaputt ist. Diese Datenrettungsfirma, die ich angerufen habe, die hätten die bei dir zu Hause abgeholt und hätten die da auch wieder hingebracht. Das wäre auf jeden Fall viel einfacher gewesen. Aber naja, ja, dann sind die Daten safe normalerweise, bin ich nämlich auch der Meinung. Und die Größe macht halt keinen Unterschied. Natürlich dauert der Prozess an sich länger, aber das Ding ist, die versuchen ja wieder an die Daten zu kommen. Also zum Beispiel halt bei der Mechanik, dann reparieren die das halt quasi, schließen die wieder an. Und entweder, die sind sich sicher, okay, die Festplatte hält, dann müssen die gar nichts machen, aber normalerweise machen die trotzdem Backup so, also auf eine neue Festplatte und manchmal geben die die auch beide mit. Also ich habe es selber jetzt noch nicht gemacht, aber ein Kollege oder so hat dann irgendwie mal zwei bekommen. Also die alte zurück plus halt dann die neue, wo die Daten nochmal drauf sind. Und bei vier Terabyte dauert der Vorgang nicht so lange, nicht so viel länger, dass man da so einen Aufpreis holen muss. Ich sage mal, wo ein Aufpreis draufkommt, ich weiß nicht, wie groß die größten Festplatten sind, was weiß ich, ab 10, 20 Terabyte oder so vielleicht, weil das wirklich extrem viel länger dauert. Aber so Daten wieder herzustellen, so, keine Ahnung, dann dauert das halt, was weiß ich, statt 30 Minuten 40 Minuten. So, und dafür wollen die einen Aufpreis von 800 Euro oder was. Also die Typen haben sich einfach komplett abziehen lassen und wollen sich halt jetzt auch irgendwie verteidigen. So, geht's doch einfach zu. Also, lächerlich. So, also, schwach, Digga, schwach. Wenn der Lesekopf kaputt ist, dann muss man das Ganze in einem Labor wiederherstellen. So, das kannst du nicht einfach in deinem Zimmer machen. Im Endeffekt versuchen die halt nochmal... Vor allem, dass der Lesekopf kaputt ist, ist sogar wirklich noch das Einfachste, was in der Festplatte eigentlich sein kann. Ich finde es eigentlich ziemlich lustig, weil wenn das wirklich der Fehler ist, dann kann man eigentlich alle Daten wiederherstellen. Das heißt, die hatten wahrscheinlich nicht mal Bock, denen die ganzen Daten zu geben oder Abicare hat gelogen und es sind doch alle Daten da oder er wusste es nicht besser zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung. Ja, finde ich aber auch nice so. Abicare sagt, die haben nur ein paar Daten und ganz heikel mit dem PC. Und heikel sagt, es war nur der Lesekopf kaputt, alles gut. ... Zugriff auf die Festplatte zu haben und spiegeln dann die Daten einfach auf eine andere Festplatte. Ja, das Rübersenden dauert dann vielleicht fünf Minuten länger, aber das ist kein Aufpreis von 800 oder mehr Euro wert. Ganz normale Daten wiederherstellen. Du kannst bei Chip online dir ein Programm runterladen und deine Daten wiederherstellen. Das ist doch keine Kunst. Ich habe ABK auch bei Instagram geschrieben, weil ich möchte natürlich... Ja, das ist keine... Damit hat er doch jetzt die Firmen kaputt gemacht, so. Das ist doch keine Kunst, das zu machen, hä? Ja, stimmt. Das geht auch noch dazu. Die vier Terabyte sind vielleicht auch nicht voll. Wobei, da kann ABK sagen, doch waren sie so. Dann könnte man ja nichts dagegen sagen. Deswegen gehen wir mal davon aus, da waren vier Terabyte an Daten drauf. Richtig nur einfach so Hatespreden. Er hat jetzt einfach gerade ABK gefrontet und merkt es halt nicht mal so. Keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Ich bin allerdings nicht drauf geantwortet. Ja, Digga, mehr kann ich halt auch nicht machen, außer dir die Hand zu reichen. Das ist richtig cringe. Du redest über Handreichen. Das wärst du der Bundeskanzler von YouTube. Komm, ABK, komm, bitte nimm meine Hand. Ich kann dir helfen. Ich muss kein Video über dich machen. Hä? Ja, stimmt. Es ist schon wieder ein Video von mir. Nice, Alter. Also, hä? Erstmal gibt es natürlich einen fetten Dislike in die Fresse. Also, das ist ja mit Abstand das Dümmste, was ich je gehört habe. Also, ich geb ihm ja nicht die Hand im Sinne von, ja, Digga, ich könnte dich jetzt halt zerstören, oder du redest mit mir. Sondern das ist ja einfach, also, ich find's persönlich einfach cool, bevor man halt andere Leute so frontet, wenn man sich vielleicht nicht zu 100% sicher ist, weil ABK hätte mir auch einfach sagen können, wie es gelaufen ist und hätte kurz quatschen können und dann wäre es ja vielleicht auch gut gewesen so. Einfach nur, dass man halt nicht unnötig so ein Beef startet, sag ich mal, sondern dass man dann sagt, jo, ey, ne, wir müssen ja nicht direkt wieder Videos gegeneinander machen, wir können ja auch einfach kommunizieren. So, also ich versteh nicht, was daran schlimm sein soll. Also, ich finde, das ist doch genau der richtige Weg, bevor ich ein Video gegen jemanden mache. Oder kommt natürlich auf den Grund an, ne, wenn jetzt so eine Ansage oder sowas da ist, dann ist das was anderes. Aber bei vielen Themen, dass man erst mal vorher so sagt, jo, ne, äh, wie geht's, ne, alles fit im Schritt, erklär mir mal, ne, wie meintest du das? Wir müssen ja nicht direkt wieder haten. Das, weißt du, es ist lustig, dass man will halt den Kommunikationsweg gehen und Leute sagen dann trotzdem, ja, richtig peinlich, was du gemacht hast. Check ich halt nicht, ey. Oh, nice. Ah, gut, ich bin bei mir immerdings, ne. Tja. Ja, dazu wird safe in Kuchen Talks kommen, also die Vorlage ist ja wirklich einfach perfekt so, ne. Muss man einfach sagen. Das ist krass, ne. Tja, okay, dann haben wir das auch.